Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kurt Gogl, ein SS-Unterscharführer und ehemaliger Kommandant im KZ Mauthausen. Kennen Sie den etwa? Er, er hat unser Kind erschossen. Unter dem Helm haben wir doch alle gleich ausgeschaut. Herr Wiesenthal, eine Frage. Wem nützen eigentlich solche Prozesse? Die Zeugen haben ihn alle eindeutig erkannt. Die Geschworenen sind zu einem Urteil gekommen. Sie befinden den Angeklagten Kurt Gogl für nicht schuldig im Sinne der Anklage. Weißt du, wer ich bin, Mekda? Es wäre falsch, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Er ist ein Mörder. Aber wir sind es nicht. Was brauchst du, Aldis? Bitte sehr. Wo waren Sie gestern? Zwischen 17 und 24 Uhr. Ich glaube, ich kann das nicht machen. Ich verstehe, dass Sie Angst haben. Ich habe keine Angst. Jeder von uns ist ein eigener Teufel. Und wir machen uns diese Welt selbst wehle. Oh, das ist wieder. Vielen Dank.